Hallo, mein Name ist Cecilia. Ich arbeite als Business Analyst bei der NTT Data. Parallel absolviere ich noch meinen Master in der Mathematik und bin da in den letzten Zügen. Die NTT hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die theoretischen Thematiken der Mathematik, die ja doch für viele sehr, sehr fern erscheint, man nochmal so eine Business-Seite kennenlernt, weil im Studium lerne ich zumindest viel weniger über Industrien kennen und da halt die Verknüpfungen zu schaffen. Es ist spannend und einfach auch notwendig für die Arbeitswelt und da, finde ich, hat die NTT auch einen ganz guten Rhythmus mittlerweile gefunden. Ich bin Pathfinder, weil ich im Projekt Creator bin und die aktuellen Thematiken umsetze. Spannend ist natürlich auch, dass man Thematiken wie die Forschung, in meinem Fall eben die Mathematik, zusammen mit Nachhaltigkeit auch in der NTT wiederfinden kann. Das sind Bereiche, die in Zukunft einfach wichtiger werden und die auch Menschen meiner Generation und auch der jüngeren Generation einfach enorm wichtig sind. Und da macht es einfach Spaß, so etwas aufbauen zu können.